Weihnachten steht vor der Tür. Die Menschen glauben, die Sterne würden am selben Ort bleiben. Aber das stimmt nicht. Sollte man da eigentlich fernsehen? Man kriegt nur eine Chance, nur eine. Wenn schon, dann nur Besonderes. Hinabtauchen zu den tieferen Themen. Willst du mir irgendwas sagen, Schatz? Vielleicht, dass du mich lieb hast? Den tieferen Gefühlen. Sie ist verliebt. In unserem Weihnachtskino der großen Gefühle. Du hältst mein Leben hier vielleicht für nichts Besonderes. Aber ich habe mich dafür entschieden. Man entscheidet sich nicht für ein Leben. Man lebt eins. Vom 24. bis zum 26. Dezember. Bei Kinobelt TV. Der Weihnachtssender.